Dieser wunderbare Schüler erzählte mir, als wir uns schon ein bisschen näher kannten, dass seine Familie seit vielen Generationen einen stillen Dienst leisten. Wirklich still. Da weiß keiner von. Und trotzdem ist es einer der heiligsten Dienste, die man leisten kann. Diese Familie kümmert sich um Tote. Um Tote, die zum großen Teil nicht wissen, dass sie tot sind. Und ein Teil dieser Familien sind Medien, die die Fähigkeit haben, mit diesen Toten Kontakt aufzunehmen, die, wie wir das heute sagen, im Schamanismus diese Toten invozieren. Und ein anderer Teil dieser Familien, der arbeitet als Lehrer für diese Toten. Und der belehrt dann diese Toten, wie sie als Tote erstmal erkennen, dass sie tot sind und dann dahin gehen können, wo Tote eigentlich hingehören, nämlich in den Himmel. Das Interessante daran ist, dass diese Medien nicht nur mit unaufgeklärten Toten zusammenkommen, sondern manchmal melden sich bei diesen Leuten auch aufgeklärte Tote. Zum Beispiel habe ich eine persönliche Durchsage von Samuel Hahnemann an mich, die mir in meiner Arbeit und in meinem Leben ganz, ganz viel Unterstützung gegeben hat. In Situationen, wo ich haderte, wo ich dachte, vielleicht bin ich tatsächlich nur ein narzisstischer Irrer. Und wo der Hahnemann sagt, genau richtig, wie du das machst. Genau der Weg, um den es geht. Ja, was hat es mit mir und Glonuinum zu tun? Im zarten Alter von ungefähr dreieinhalb Jahren. Ich lebe ja heute zum Teil in Britz, in meinem Elternhaus. Weil aus Charlottenburg brauche ich eine Dreiviertelstunde, aus Britz fünf Minuten. Und darum bin ich zum Teil wieder in mein Elternhaus zurückgezogen, um, wenn ich bis hier bis elf Unterricht habe und morgens um halb acht hier sein muss, eben fünf Minuten Fahrzeit habe. Und ich schlafe in dem gleichen Zimmer, in dem ich mit dreieinhalb geschlafen habe. Ganz schön, ganz besonders. Und in diesem Zimmer passierte vor achtundfünfzig einhalb Jahren Folgendes. Wer von euch hat alles Six Cent gesehen? Gut, alle, die nicht den Arm haben, heute Abend Mediathek runterladen. Da geht es um mich. Und da geht es, ja, da geht es genau um das Thema, wo ich hier drüber spreche. Das ist natürlich nicht mein Thema, das ist das Thema von Hunderttausenden von Menschen. Rudolf Steiner sagt, im Augenblick kommt alles, was irgendeine mediale Kapazität hat, zurück. Weil die Menschheit braucht all diese Medialen gerade, um diesen großen Kampf, dieses geistige Armageddon gegen die arimanischen Herrscharen zu bestehen. Dass wir als Menschheit diesen michaelischen Entwicklungsschritt machen können. Und darum brauchen wir all die Hellsichtigen, warum kommen die gerade alle? Das Problem ist, wenn sie nicht gerade Kontakt mit der Samuel-Hahnemann-Schule haben, werden sie leider medikamentös versorgt oder kommen in die Psychiatrie. Unsere Psychiatrien sind voll von Medialen, von Hellsichtigen, von Hexern. Die werden heute nicht mehr verbrannt, die kriegen heute Lithium. Lithium macht auch Hexen doof. Ja, mit dreieinhalb passierte etwas, was in Sixth Sense ganz schön beschrieben wird, was für die Familie, der ich gerade die Ehre gegeben habe, was völlig Alltägliches ist. Ich wachte eines Nachts auf und das Zimmer, in dem ich schlief, war voller Toten. Einfach Tote. Standen alle. In Reihen und Glied. Ich kannte die nicht. Die waren überhaupt nicht böse. Die waren auch nicht graulich. Die standen und guckten und warteten. Heute weiß ich auf was. Damals wusste ich natürlich überhaupt nicht, was das ist. Ich hatte noch nicht mal meine Zombiefilmausbildung hinter mir. Ich war noch bei Rintentin und Temi vom Hausboot. Es gab noch nicht mal Orion. Also eine Zeit vor Orion. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, doch einen Fernseher hatten wir schon. Wenn man den anschaltete, brauchte der zehn Minuten, bis ein Bild kam. Und bei Witter wurde er noch ausgeschaltet. Also ich war noch völlig unaufwichtigt. Einmal war dieser Raum voller Tote. Und was macht man mit dreieinhalb? Man kriegt scheißende Angst. Und ich schrie und ich rannte rüber ins Zimmer meiner Eltern. Die schliefen ein Zimmer weiter. Und die nahmen mich in ihr Bett und kuschelten mich. Hilft bei mir immer. Aber in der nächsten Nacht wachte ich wieder auf. Und die standen wieder da. Und ich war wieder rübergerannt. Und meine Eltern waren sehr liebevoll. Und meine Mutter war ein sehr körperlicher Mensch. Die hat mich immer wieder ruhig gekriegt. Aber ich glaube, nach einer Woche waren die auch ein bisschen am Ende. Und dann nahmen die mich und gingen vor, hieß der, glaube ich. So ein ganz lieber alter Hausarzt. Der war überhaupt nicht böse. Ich mache dem auch überhaupt keinen Vorwurf. Aber der sagte, der Junge braucht was zur Beruhigung. Und ich mache auch meinen Eltern deswegen überhaupt keinen Vorwurf. Also hier geht es nicht um Vorwurf. Hier geht es nur um Phänomene. Und der sagte, geben Sie dem noch mal was zur Beruhigung. Dann wird es schon besser. Und ich bekam das, was damals die Hälfte aller deutschen Hausfrauen bekam, unzufrieden mit ihren Ehen und anorgastisch. Adumbran. Das ist so ein Mini-Diazepam, glaube ich. Die Toten waren weg. Ich schlief wieder. Und vier Wochen später habe ich das erste Mal gekotzt. Und ich habe nicht nur ein bisschen gekotzt. Ich habe in einer Woche ein Drittel meines Körpergewichts verkotzt. Kein Mensch wusste, was das ist. Die Ärzte waren völlig hilflos. Heute weiß ich, das waren meine ersten Migräneanfälle. Und heute weiß ich, dass 80% aller Menschen, die ich behandelt habe mit chronischer Migräne, chronische Migräne aus ungelebter Hellsichtigkeit haben. Hildegard von Bingen, eine der großen Wächterinnen und Lehrerinnen unseres Schwarms, ist von Migräne in den Wahnsinn getrieben worden. Später nannte sie ihre Migräne nur den Hammer Gottes. Weil was erlebte Hildegard? Hildegard erlebte, dass sie eine Stimme hörte. Und die Stimme sagte, Und ich gebe dir auf, die Wunder aufzuschreiben, die ich dir offenbare. Gott hat immer so einen leichten, imperativen Touch. Und Hildegard sagte, Ich doch nicht, ich doch nicht. Ich bin ein dummes Weib. Ich bin ein dummes Weib. Ich kann nicht. Brumm! Wahrscheinlich war das Thor. Thor. Der Thor-Aspekt Gottes. Und Hildegard war fix und fertig. So wie hunderte von Migräne-Kranken, die ich kenne. Weil es ist außer einer Samuel-Hahnemann-Schule und noch an ein paar wenigen anderen auserwählten Orten nicht so einfach zu sagen, Mein Zimmer ist voller Toten. Oder ich höre Gottes Stimme. Da kannst du dir schon mal so eine Tavor-Dauer-Therapie mit einfangen. Hildegard kämpfte gegen diese Worte. Hildegard kämpfte gegen diese Auserwählung, bis sie irgendwann mal nicht mehr konnte, sich ihren Schreibknecht holte und schrieb und schrieb und schrieb und schrieb. Und ich weiß nicht, ob es ein größeres, gottgegebenes Werk gibt wie das Werk von Hildegard. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle ist das Hildegard'sche Werk wesentlich größer wie der Koran. Ist ja auch gottgegeben. Hildegard hat kein Wort all ihrer Werke selbst erfunden. Das, was Hildegard da aufgeschrieben hat, war Gottes Durchsage. Hildegard war ein Weivamos-Kanal, so wie Reich Schörling. Quatsch. Hildegard war ein Gotteskanal, so wie Reich Schörling ein Weivamos-Kanal. Hildegard hat Gott gechannelt. Das wusste damals noch keiner, außer zum Glück. Und darum Ehre an diesem Ort, wo wir hier sind. Außer Bernhard von Clevo. Sie wollten Hildegard wegen ihren Channeln verbrennen. Die Inquisition hatte Hildegard auf den Kicker, weil Hildegard so Schweinereien sagte, wie die Frau saugt mit ihrem Uterus in ihrer Lust den Samen des Mannes in sich ein. Und das zu einer Zeit, wo die Christen den Frauen noch den Geist absprachen. Die hätten gar keinen Geist. Darum durften sie ja nicht studieren. Und dann saugen die noch. Hallo! Wir Männer, wir spritzen und implantieren. Die Frauen haben da so eine brütende Funktion, dass die saugen und dass wir spritzen können, so lange, wie wir wollen. Ist da ja nichts passiert bei schlechten pH-Wert. Das war ja, dafür bist du verbrannt worden. Und es hat Hildegard geschrieben, aber Bernhard von Clevo, der Begründer des Tempelordens, dessen Brüder die Bundeslade aus Jerusalem holten und der sie öffnete, der wusste, da wird nichts verbrannt. Das ist das Sprachrohr Gottes. Die Propheten Germaniens, wie man sie nannte. Ja, und den schrieb Hildegard. Und Hildegard schrieb und schrieb und schrieb und ihre Migräne war weg. Ich empfehle euch den wunderbaren Hildegard-Film mit einer meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen. Wie heißt sie? Hanna Arndt. Nochmal. Genau. Hat die nicht auch Rosa gespielt? Rosa Lux. Alle tollen Frauen, die ich kenne, hat Barbara Sukowai gespielt. Rosa Luxemburg. Hanna Arndt. Hildegard, Hildegard, könnt ihr euch alle drei angucken. Super Matrix für alle jungen Frauen. Rosa, Hanna, Hildegard. Ja, ich fing an zu kotzen. Und ich kotzte und kotzte und kotzte und kotzte. Bis der gute Doktor Forch nicht mehr weiter wusste und sie brachten mich ins Krankenhaus. Wäre ich nie vergessen. Kaustikum vierwärtig. Sankt Christophorus in Lichtenrade. Auf mehreren Timelines habe ich die Ärzteschaft von Sankt Christophorus mit meiner Pumpgun eliminiert. Zerschossen, wenn sie mich festhielten, als mich Dr. Beate Latour aus diesem Isolierzimmer rauszog. Ja, und da bekam ich dann Traumzucker, weil sie nicht wussten, was ich habe. Und dann habe ich irgendwann mal aufgehört zu kotzen und dann bin ich wieder nach Hause gekommen. Nach vier Wochen habe ich wieder gekotzt. Dann sind meine Eltern mit mir zum Kinderpsychologen gegangen und jetzt kommen wir zu Arne. Und dann hat der Kinderpsychologe gesagt, der Junge ist einsam. Der kotzt vor Einsamkeit. Nicht falsch. Die Toten waren meine Gefährten. Und sie haben mich von einem Heer von Gefährten abgeschnitten. Sie haben mich von dem abgeschnitten, mit dem uns Heidi in Kontakt bringt, wenn sie uns Hacker tanzen lässt. Da kriegen wir die alle in den Rücken. Ich hätte wahrscheinlich einfach nur aufstehen müssen und hätte einfach nur sagen müssen, oh toll, dass ihr da seid. Was kann ich für euch tun? Hatte leider keinen, der das so gesehen hat. Hatte leider keinen. Sonst wäre es ganz einfach gewesen. Jetzt hat mal jemand gesagt, wenn Yogananda seine Visionen in Brandenburg gehabt hätte, hätten sie ihn jetzt nicht verbrannt, aber hätten sie ihn sofort in die Psychiatrie geschickt. und Amadji wahrscheinlich genauso. Als sie das erste Mal gesagt hat, ich bin die große Götten, kommst du gleich weg in Deutschland. Außer du bist dann nach Samuel Hahnemann schon. Kommst du nicht weg, kriegst einen Lehrauftrag. Ja, und dann ging die zu dem Kinderpsychologen und hat der Kinderpsychologe gesagt, der Junge ist einsam. Hund oder Bruder? Also Hund oder Schwester so ungefähr. Und dann haben mich meine Eltern gefragt, haben gesagt, ach, die Schwester ist schon toll. Damals war ich dann schon ein bisschen älter und habe schon so Bilder geguckt und mein Lieblingsbilderbuch war Prinz Eisenherz. Kennt ihr alle? Und dann gab es schon Namenslisten. Er hat Glück, dass er ein Junge geworden ist. Wäre er ein Mädchen geworden, hätte er Aletai hießen. Und sie hätten ihn völlig traumatisiert, weil sie ihm ständig hinterhergerufen hätten, Alete kotzt das Kind, Alete kotzt das Kind. So hieß er nach dem treuesten, und edelsten Freund von Prinz Eisenherz, Prinz Arne von Hort. Ja, Arne kam, Migräne blieb, kotzen blieb. Wieder zum Kinderpsychologen. Tja, jetzt ist er wohl eifersüchtig. Hat meine Mutter etwas sauer gesagt, na, wir können ja den Jungen jetzt nicht ins Tierheim bringen, ja? Ja, weiter gekotzt. Weiter gekotzt, weiter gekotzt, weiter gekotzt. Schön schlank geblieben. Schön schlank geblieben. Unterdrücktes Shining macht schlank. Macht schlank. Irgendwann kam denn mal irgendjemand darauf, der hat wohl Migräne. Und dann fing meine polytoxymanische Karriere an. Ich glaube, ich habe mit fünf oder mit sechs mein erstes Schmerzmittel gekriegt. Ich glaube, das erste habe ich geklaut. Eumet von Oma Lenchen. Power for the power. Irgendwann haben die oralen Dinger aber nicht mehr geholfen. Und dann ging meine Karriere los. Ergo granit Zäpfchen. Und gleich fürs Kotzen noch eine Womex A hinterher. Ich kenne es, dass die Migräne dann zwar weg ist, aber du bist zwei Tage stoned. Womex A ist einfach ein starkes Beruhigungsmittel. Ich kenne es einfach ein starkes Beruhigungsmittel.